Oh, vielleicht soll ich hier oben rumflattern mal. Komm ich denn da auf irgendwie? Nee, ne? Hier ist noch ein, wir ist doch mal wieder. Ah, siehst du, das ist auch das. Ich melde mich an. Suche. Ich hab sie gefunden. Die Forschungsdateien werden heruntergeladen. Und das war's. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Ja, habe ich nicht allein. Wir haben es geschafft. Gemeinsam. Wenn wir diese Daten sicherstellen konnten, können wir vielleicht auch auf alles zugreifen, was bei der Katastrophe verloren ging. Ich werde meine Kollegen informieren. Sie haben etwas Unglaubliches vollbracht, Pathfinder. Jo, haben wir erledigt. Perfekt. Ja. So, jetzt haben wir natürlich, ähm, wir müssen noch ein Ball, oder? Ähm, Moment. Dann haben wir hier noch so einen Punkt. Auf Herfari suchen. Jetzt haben wir ja schon mal nicht gefunden, ne? Mit diesen Drinks irgendwie. Die Barkeeper und Vortex zu bringen. Oder hier haben wir jetzt zwei solche Dinger noch. Ich kann aber gucken. Vielleicht findet man ja hier irgendwas noch, oder? Was hier noch? Gibt, äh, einen, was steht da? Äh, schritt der folgende Mission an. Nicht auf Planeten absolviert werden kann. Achso, da nicht auf den, ach, jetzt verstehe ich, okay. Also, Dämpel. Also, so eine Dämpel ist, um wirklich an jeden Teil der Reise gleich Zugang. Ah, ich verstehe, okay. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht hier mit dem Barkeeper, muss ich das hinbringen. Zum Mal liegt schlund. War denn da irgendwas? Ich dächt's, oder? Ach, und das ist wahrscheinlich hier, ähm, Semmatrix, genau. Das ist auch hier, wo ich dann zu dem Besten muss. Gut, da wollen wir mal zu dem erstmal gehen. Das ist jetzt hier, ähm, das Lager der Thorianer Finten. Okay. Machen wir das? Entbrennt das jetzt hier noch, oder wie ist das jetzt hier? Weiß nicht, hä? Boah, ist das eine riesen Pflanze hier, ey. Wahnsinn, ey, hä? Ein riesen Gewächs. Jetzt sehen wir da irgendwelche Feinde hier. Die regnet's immer zu. Oh. Alles geht hier denn. Entschuldigen. Mit einem leeren Stich-Fern. Vielleicht ein bisschen. Dann halt's hier bei mir. Alles nicht? Nein, das ist doch nicht das. Was? so da kann man weitergehen Solarstrahler, ja Wahnsinn macht hier dann mitten ein Solarstrahler und hier schifft es aus Eimern, das gibt es gar nicht da lang hier lang oder ist eine Wand davor eine Wand ja dann wissen wir ja also Oh, du bist ja eigentlich immer noch so wenig lieb, Nöde. Was wir hier sehen, wird also nicht so bleiben? Es wird irgendwann zu einer Wüste. Ja, Wüste. Oh, guck mal, der ballert den Berg noch runter so langsam. Was ist eigentlich das hier von Symbol auf der Karte? Oh, ist hier nur noch halb ein Viecher, ey. Was ist eigentlich mit meinem Leben hier, Leute? Ich mache mich auf den Weg. Hm? Ach, das ist vielleicht dieses Relikt-Ding jetzt hier, was ich hier mal sehe. Ich sehe niemanden. Gehen Sie in Deckung? Ja, wohin denn? Ja, wohin denn? Ja, wohin denn? Haben wir eigentlich keinen Medi-Bug oder so'n Quatsch da hier? Das ist jetzt gar nicht. Gehen Sie in Deckung? 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 Ich habe doch hier eben Nickel gesehen. Ach ja. Siehste, Nickel muss doch mitmensch, Leute. Guck mal, was das hier vom Punkt ist, Leute. Also der da hier, meine ich, auf der Karte. Das ist ja irgendwie so ein Eingang hier. Vielleicht. Der ist auf jeden Fall in der Wand hier. Alles voll hier. Was haben wir denn hier noch schönes? Alles voll vor der Feature hier, Mensch. Sag da mal. Ich will mal gucken, was hier hinten ist noch eben. Ach, nix. Gut. Oh, es geht in hier. Ich guck hin, ne? Irgendwie. Auf alle Fälle ist hier viel los, ne? Auf alle Fälle ist sehr viel los. Ach, den war ich noch nicht. Oh. Ach, du heilige Musiker, die sind voll hier oben. Uh, scheiße, scheiße. Scheiße. Ah. ich bin auch hier was geht hier denn ab als wir sind ja schon richtig auf alle welle ok was soll ich denn eigentlich scannen hier unten auch den ja hier liegt geräte ok ich spreche langsam wegen der munition ja leider gibt es hier keine munition ja 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 ich will es hin ja noch ein paar solche gestalten weil da immer munition sind sehr schön wunderschön so ich hätte gern die andere wache wieder gewählt ich bin auf dem weg ich rücke ab kann man nicht die waffe wechseln moment nochmal jetzt haben wir doch ein bisschen munition jawohl ok weiter geht's jetzt habe ich diesen quatsch hier natürlich markiert ja ne wollte ich eigentlich gar nicht machen so hier oben ist aber noch so Zeugs oder war das jetzt waren die das jetzt ich glaube das waren die jetzt oh oh jetzt runter hier oben bin ich ne ne oder warte mal oh fuck 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 habe ich jetzt gelandet oh scheiße nirgendwo fuck wo war denn das jetzt hier irgendjemand ein bisschen ätzenden seen da ok ungünstig also ich glaube mehr hoch muss ich nicht glaube ich muss da runter Ja! Prost. Gibt es denn sowas nicht? Also nicht in die Brühe, das ist gottsgefährlich, in die Brühe. Na, ich denke mal, ich muss da unten rein. Ja, das ist ja mal richtig. Hier werden sie geholfen, hier sind sie richtig. Ah, wird Leben voll, jawohl, endlich wieder Leben voll, wunderschön. Oh, sind wir jetzt schon wieder gelandet hier? Wo sind wir schon wieder gelandet, leider? Ich finde, diese Relikte ist immer ein bisschen unheimlich hier. Einmal abwärts. Kommt ihr mit, bitte? Ach, ihr seid schon da, gut. Okay, wir sind da. Ihr seid da. Ah, wo lang wollen wir denn, Leute? Wahnsinn, oder? Diese ganz tollen blauen Dinger hier. Da liegt Great, jawohl. Wie geht's? Oh nein. Ah, ich glaube es passiert nichts, aber So toll ist es jetzt auch nicht, wenn es hier zusammenbricht Na, ich würde sagen, wir müssen da lang, oder? Ach so, okay Ah, gut, wie geht es wieder auf jetzt? Aber Ähm Meine Kollegen Wo sind meine Kollegen? Ach da Wir wollen ja aber runterwärts, oder? Na, Moment, was ist denn jetzt hier? Moment, lass mich mal Na, Moment Ah, hier in der Mitte ist es Wir sind ja vorhin hier reingepflottert Und haben das Ding einfach mal so benutzt Das war ja hier, ne? Ach genau, so Gehen wir nochmal rein Ach ja, man ist hier nicht Gut, dann müssen wir doch hier, ähm Mit diesem Ding runterfladern Und einmal abwärts wieder. Ich würde sagen, hier oben bauen wir eben... Wir müssen hier lang. Keine Ahnung, was mich hier unten erwartet. Na, ich weiß es nicht. Gehen wir dollern. Oh, ist hier in irgendeiner Flüssigkeit, ne? Nicht reindrehen, bitte. Aber ich denke mal, dass wir hier irgendwie... Genau, wir müssen hier was aktivieren. Und stehen bleiben. Boah, geil, oder? Ich finde es super genial. Und Feinde. Und Feinde. Oh, scheiße. Ah, verdammt. Verdammt, ich habe es nicht aufgebastet. Ich habe es nicht aufgebastet. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Mission vielgeschlagen. Nein. Dann machen wir es nochmal. 23.32 Uhr. Das war ja erst. Das war ein Mist. Ach, genau, darum geht es das Lager, der Dingsbums finden. Dann gehen wir mal ausruhen. Dann gehen wir mal ausruhen. Der Dingsbums stimmt. Dann gehen wir mal ausruhen. 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 Die KPlayaste. Da kommen alle, oder? Boah, eine Lautstärke hat mich irgendwo noch geschossen hier. Hä? Was ist denn hier los? Wir müssen irgendwie hier rein, Leute. So, warte mal, wir sind von da gekommen, oder? Oder? Ja, Moment mal, wir sind von, äh... Da sind wir nicht gekommen. Äh, äh. Was geht hier denn, ey? Was geht hier denn? Nee, wir sind, äh... Wir sind von da gekommen, ne? Oder? Klar, wir sind von da... Ja, genau, wir sind von da gekommen. Das Ding aktiviert. Gehen wir noch da. Ja, wir sind von da gekommen. Ja, jawohl. Vielen Dank.